Hallihallo, einen wunderschönen Tag wünsche ich euch. Gerade beim Durchstöbern im Internet habe ich gefunden, dass Ninja jetzt auch Kaffeemaschinen hat, und zwar einen Vollautomaten mit sehr vielen Extras, wie ihr hier schon in dem Video sehen könnt. Der Link ist natürlich in der Beschreibung, könnt ihr euch gerne mal angucken. Ich finde eine sehr hübsche Kaffeemaschine mit unterschiedlichen Größen einstellbar von Kaffees. Scrollen wir mal ein bisschen hier runter. Da seht ihr schon hier auf dem Bild, es geht von kleinen Portionen bis hin zu großen Portionen. Da ein riesengroßer Becher. Milch könnt ihr auch in verschiedenen Stärken machen. Am besten geht ihr mal auf diese Seite. Hier könnt ihr nochmal sehen, welche Kaffeearten die Maschine machen kann. Und hier könnt ihr nochmal lesen, Getränke bis 540 Milliliter und kleinste Größe sind 180 Milliliter. Also ich denke, da kann man schon gut was mit anfangen. Der Schaum kann eingestellt werden. Es gehen auch pflanzliche Milchprodukte. Finde ich schon mal eine sehr klasse Sache. Und die Maschine ist gar nicht mal viel teurer, wie ein normaler Kaffeevollautomat. Also schaut mal gerne rein. Der Link ist in der Beschreibung. Ciao, ciao.